Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst den Namen und einen Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Joa, moin Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute machen wir den Schneegipfel und ich gebe euch kurz noch ein kleines Update, was ich gemacht habe. Ähm, ich habe Palme ein bisschen trainiert, dass er ein bisschen mithalten kann. Zip hat dabei auch ein Level-Up gemacht. Ich habe die Skills schon verteilt, ihm habe ich einfach nur hier Mana-Treffer gegeben und bei Palme habe ich ihn Feuersturm gegeben, entfachen, habe hier die Blitze ein bisschen trainiert und den Mana-Treffer gegeben. Hier aus der Reihe habe ich ihm fast alles gegeben und ich habe ihm noch den Sturm plus den Mana-Schutz gegeben. Außerdem habe ich ihn hier mit Mana-Items ausgestattet, weil er sehr dringend Mana braucht, der hat da Ultra-Probleme. Und hier wartet der alte Buran. Hallihallo, ich bin hier nur ein wenig rumgewandert. Sind die Schneegipfel ich einfach der großartigste Anblick unserer Zuflucht? Also wie ist es dir bisher ergangen? Du bist jetzt Hütersucher. Hm, ich muss zugeben, das ging ziemlich schnell. Ehrlich gesagt, scheinen die Schneegipfel gerade ruhig und friedlich zu sein. Zumindest habe ich noch nichts gehört. Aber hey, man sollte, dass ein Hüter in der Not mit dem gefrorenen Orakel kommunizieren kann. Angeblich kannst du jede Frage beantworten oder dir berichten, wo du ein verlorenes Objekt finden kannst. Wer weiß, vielleicht hast du Glück und findest sie. Ich würde mit Sicherheit nicht in diesen kalten See springen. Das stimmt. Das Orakel soll sich irgendwo in dem gefrorenen See bei den westlichen Ausläufern des Nähgämpfer befinden. Warum springst du dich rein und findest heraus, ob die Geschichten wahr sind? Nun, ich werde mich in Kürze zurück in Richtung Farm aufmachen. Mach keine Dummheiten. Dass man in den gefrorenen See steigen könnte, war doch nur ein Scherz. Das weißt du doch, oder? Im Übrigen merke ich, dass das Gebiet hier noch zu hoch für mich ist, weil ich keine Ahnung habe, welches jetzt von der Schwierigkeitsgrad her wo ist. Gehe ich eines der anderen Gebiete machen. Oh. Aber ich glaube, das Gebiet hier ist nicht so schwer. Ähm, also Pall ist jetzt im Team. Feuer. Ich denke mal, wir brauchen Feuer auch hier im kompletten Gebiet. Sip ist ja zum Glück ein Allrounder, was die Elemente eigentlich geht. Erstmal gebe ich jeden Segen. Und dann darfst du bitte alle einmal anzünden. Du darfst dasselbe veranstalten. Also, kurz zur Erklärung. Mana-Schild macht der Schaden, der Pall, dann kriegt er ein Schild. Die machen hier echt gut Schaden, aber sie bringen mich halt nicht instant um. Das ist ja schon mal was Positives. So, der Feuersturm, der kann, äh, wird übrigens nur wegen der Schleime nicht übersprungen. Weil, die habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich springe jetzt den da um. Zeifer könnte ich auch, ach, Zeifer, ähm, doch, Zeifer könnte ich auch ins Team holen. Zeno ist gestorben. Ne, Sip war das. Weil er zu wenig Leben übrig hatte. Du, bring mir deinen Krall mal bitte den Yetium. Danke, Sunny. Und jetzt verbrennt den Schleim. Die tun sich halt gegenseitig extremst weh. Joey-Ei. Ja, ich würde mal sagen, wir sind ungefähr im richtigen Gebiet. Ähm, Zeiko, dich werde ich hier wahrscheinlich nicht brauchen. Übrigens, ich habe einen neuen Sherpa geholt, weil ich war in dem Fessungsanschen nochmal und habe dabei das Seedfittchen geholt. Und das habe ich nicht weggegeben, weil man damit die Erdstatuen aktivieren kann. So, Zeifer, du bist jetzt im Team. Dich muss ich wahrscheinlich wieder neu ausrüsten. Ne, hast du eine Ausrüstung tatsächlich sogar. Ähm. Ja. Du kriegst mal irgendwas, das Magie anhebt. Ja, komm, du kriegst noch einen Reißzahn. Und Janik hat ein Level-Up gehabt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm. Du kriegst hier noch mehr Gesundheit. Oh, wie komme ich denn da oben dran? Also hier, ich kann es auch einmal vorführen. Der ist dann so kügig und damit kann man Erd-Orbs aktivieren. Ähm. Du machst Verbrennungen. Ich mache mir mal ein Hindernis und guck mal, ob ich jetzt hoch genug komme. Schade, ich dachte, ich könnte ihn in der Luft wechseln. Also, ich brauche wahrscheinlich sogar einen Triple-Sprung dafür. Oh, was seid ihr denn? Seid ihr die Entwicklung der Yetis? Jowies und Mokwais. Ich habe auch noch ein paar Eier, die könnte ich eigentlich weggeben. Ich brauche hier halt durchgehend Feuer. Also eigentlich kann ich das Pile, Cypher und Zip-Team machen. Pile beschleunigt erstmal alle, weil ich brauche Feuer. Und Sunny hat keinerlei Feuertechniken. So, jetzt einmal den Feuer stürmen. Bitte verbrennen alle. Ich muss noch, äh, Zip die Fähigkeit geben, dass wenn der Verbrennungen zufügt, dass er dann hier diesen Booster kriegt. Ein explosiver Stoß. Die scheinen gegen Magie mehr empfindlich zu sein. Ich werde übrigens froh, dass ich euch den ganzen Weg von da drüben erspart hatte. Der Eisblitz wirkt gut. Also, der macht echt gut Schaden. Also, ihr wehrt mir wahrscheinlich in der Feuerebene richtig praktisch. Das Gute ist, Pile kann auch heilen. Also, er ist nicht komplett useless. Ich dachte erst, er wäre komplett useless. Ich hab's auch direkt in den Kommentaren gelesen. Ob ihr hier schon euch fragt, hm, wird Pile diesmal nützlich sein? Oder wird er wieder auf der Bank nur hocken? Sind auch berechtigte Fragen, ehrlich gesagt. Weil, als Raube war Pile überhaupt nicht zu gebrauchen. Die machen echt gut Schaden. Wirklich gut. So, Feuersturm wieder. Aber das Gute ist, ich halt auch. Ich könnte Scyther noch so ein Level-Up-Zeichen geben. Dann würde er noch ein Level-Up kriegen. Soll ich ihn eben auch mal kurz hochbooste. Davon habe ich ja ein paar. Man kann die sogar bei so manchen Kämpfen kriegen. So, was gebe ich dir denn überhaupt? Ja, komm, hier. Hybrid-Meisterung auf jeden Fall. Und ein bisschen Abwehr, weil du hast gerade echt gut einstecken müssen. Und ich habe echt viel Geld. Habe ich auch nicht gemerkt. Oh, die entweder kaputt schlagen. Oder verbrennen, oder? Weil das ist doch ein neues Gebiet. Nee, irgendwo muss ein Scheiter sein, wo wir nicht drankommen. Ich dachte kurz, hier, die Decke bringt mich um. Okay, da ist auch ein Scheiter. Hier ist Scheiter Nummer 1. Die scheinen gegenseitig irgendwas zu aktivieren. Okay, den Kampf kann ich jetzt rauscutten. Weil wir kennen die Gegner jetzt schon. Leute, Kampf geschafft. Ich habe ein Eisblop-Eier erhalten. Wen habe ich gerade alles nicht im Team? Ganz ehrlich, nach dem Gebiet kann er einfach dann Cypher ablösen und ich öffne das Eis nach dem Gebiet. Ich habe den einen Scheiter da jetzt aktiviert. Okay, der eine macht den da drüben. Ich kriege ein blaues Juwel. Jetzt müsste sich hier was geöffnet haben. Ja, jetzt ist hier offen. Jetzt kann ich hier noch runterfallen. In die Kiste holen. Und dann nochmal da hochklettern. So, jetzt sind wir im nächsten Gebiet. Ich kann hier hochklettern. Oh, und ich muss erst einen Scheiter dafür aktivieren. Ey, die Wand hier kann ich doch safe einreißen. Hallo? Die konnte ich gleich doppelt einreißen. Okay. Irgendwo ist ein Scheiter versteckt. Ich habe auf jeden Fall eine versteckte Kiste zufällig gefunden. Oh, wieder diese Blauis. Und sie sind tot. Ich kann mich im Namen verteilen. Die heißen Mokweiß, wovon ich auch ein Ei erhalten habe. Und Sunny ist Level 20. Das ist der erste, der Level 20 erreicht hat. Er kann Altern lernen. Was ist Altern? Oh, das ist ja ein richtig guter Buff. Aber erst mal gucken. Was die sonst noch haben. Eisperr-Salve. Das ist halt Eisperr, nur dass es alle trifft. Und dann auch noch zweimal. Spektral-Salve muss jetzt nicht unbedingt verbessert werden. Ich muss halt erst mal gucken. Oh, Sunny hat ja generell so eine hohe Frost-Chance. Er hätte dann jetzt auch noch eine höhe Crit-Chance, sobald sie Frost drauf haben. Wenn ich denen eins gegeben würde. Okay. Er könnte auch mehr kritischen Schaden haben. Ich hole mir aber als allererstes Altern. Weil wenn er mit jeder Runde 3% mehr Schaden macht, weniger Schaden kriegt und sogar noch mal eine Regeneration drauf kriegt, ist das ein extrem krasser Skill. Also Sunny hat damit einen mega starken Skill gerade bekommen. Und ich habe auf jeden Fall gesehen, ich müsste leicht auch mal nach Möglichkeit zurück und neue Tränke kaufen, weil die gehen mir gerade echt aus. Okay, ein grünes Jowel zum Verbessern. Also wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zur Festung der Hüte zurück. Okay, da ist eine Katze. Was schiebt die Katze dann Schneeball vor sich hier? Nee, ich glaube, die trägt eine Halskette. Warte, ich will mal kurz ranzoomen. Och, wie süß. Guckt euch das mal an. Die hat ein Bällchen vor sich. Das ist ja süß. Oh, sieh. Es greift an. Die heißen sogar Lichtkatze. Und die sind schwach gegen Wasser. Das heißt, diesmal ist Sunny berechtigt im Kampf. Ich habe immer so einen, der gegen das Eisen wenigstens was aushält, immer dringelassen. Warum habe ich jetzt eigentlich Seife genommen statt Pal? Guck mal, allein jetzt hat er schon Altern bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie stark er noch dadurch wird. Der macht jetzt schon mehr Schaden. Und bedenkt, mit jeder Runde wird Sunny jetzt stärker. Der rasiert. Wenn er dazu kommt. So. Die Lichtkatzen, die sind gegen Eis schwach, ne? Oh ja, einer hat Frost drauf. Der macht jetzt 6% mehr Schaden. Der ist auch immer praktisch, wenn Zip angreift, weil der macht dabei immer wieder so Mega-Kombos. Der kann eine 10er-Kombo mit einem Angriff machen. Ist auch mega stark. Oh, eine Katze hat überlebt. Die Katze kann heilen. Boah, die Katze hätte ich so gern. Frist im Feuerball. Und... Und noch einer hat sein Level ab. Äh... Du kriegst erstmal Kraft Level 3. Kombo-Buff kriegst du als nächstes. Die Wand sieht schon wieder aus, als ob man sie einreißen kann. Oh, ich war auch so nah. Oh Gott. Eh, komm. Das will ich heute noch schaffen. Okay. Ich merke mir... Hier. Ich hatte mir gut gemerkt, wo das Ding steht. Und ich habe einen Skilltrank dafür bekommen. Das heißt, es hat sich auch gelohnt. Okay. Ich weiß ja, dass... Dort... Boden war. Okay. Ich gehe jetzt noch in das nächste Gebiet. Und dann mache ich für heute wahrscheinlich auch schon Schluss. Ich kann die mir trotzdem schon mal holen. Also zumindest den Mokwai. Komm. Ähm... Ganz ehrlich, Cypher... Der Ritter ist nicht so stark. Also... Den Cypher hier, den werde ich safe nach der Ebene auswechseln. Und den Ritter wahrscheinlich auch. Deswegen hole ich mir jetzt die beiden und benenne sie nach denen. Und nach der Eis-Ebene sind die beiden dann weg. Tut mir leid an die beiden, falls euch der vorherige Schar von euch besser gefallen hat. Ich gucke die Skillpunkte mir jetzt noch nicht an. Die können beide Eis-Obs aktivieren. Also ich brauche von den beiden auch nur einen. Okay. Ich mache jetzt die München noch fertig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. So, der Kampf ist vorbei. Wir haben nochmal... Level-Ups gehabt. Ich weiß auch schon, was ich Pile gebe. Nämlich Geschick. Und Cypher... Du hast ja auch ein Level-Up gehabt. Bei dir war ich Mana-Flut. So, ich hoffe, dass es jedem heute gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir ja ein Abo dalassen oder ein Like. Oder auch beides. Geht natürlich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!